und schwuppdiwupp haben wir die meereshöhlen auch durch ja geilo das ding von den stern haben wir auch nicht getroffen ein glück so jetzt ist die frage was machen wir als nächstes das lief ja mal richtig gut lief das warte 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 was hier kleptomanie kleptoweko dickhäutig mehr leben und mehr abwehr und mehr ausweichen und mehr geschwindigkeit gift gift ist jetzt nicht so wichtig aber abwehr an sich auf dem typen der dann eben schützt mehr präzision generell ja 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 dann trifft die fackel öfter ok jetzt haben wir ein problem ne wald sieht scheiße aus und hier wollte ich eigentlich 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 warten dreimal medizin sammeln packen wir das mit ihr es ist ein expertenwald das schlimmste was uns dort passieren kann ist ein zankenteufel gepaart mit einem riesen und einer oma oder zwei pilzköpfen statt dem riesen ich mein betäuben funktioniert bei einem zankenteufel nicht die viecher im wald sind auch eher giftresistent ich weiß es aber sonst ist halt nix dabei ne ruinen will ich nicht machen weil sind wir fertig ich will keine zeit verschwinden versteht er meeresfüllen sind wir fertig labyrinth auch halt nur noch der boss hier es bleibt eigentlich eiskalt nur noch der wald ach ja wir probieren es einfach komm scheiß drauf welche heilerin nehme ich denn da mit welche heilerin ist hier immer eine waldheilerin äh du bist eh in behandlung nein 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 telepete so auf jeden fall auf jeden fall man at arms im wald auf jeden fall wenn ein riese kommt muss ich blocken können halte bis stufe drei ich habe nur zwei auf sechs du bist ja mal das du bist ja mal das giga tier holy shit das stimmt einfach alles Basil komm an bord so und jetzt brauche ich noch was wir werden hier auf richtig viel rüstung treffen Zelda komm rein du triffst auch alle positionen kannst dich selbst noch decken ja 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 die perfekte ergänzung ja 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 und bei Zelda muss es krachen im Karton da muss es richtig brauche ich Präzision ich verzichte ausnahmsweise mal auf Präzision und nehme dafür mehr Schaden mit im Hinblick auf Zankenteufel beziehungsweise eher auf den Riesen und auf die Pilzköpfe weil die sind wesentlich gefährlicher dann nehme ich lieber ein bisschen mehr Stress in Kauf aber wir kommen besser durch also schadenstechnisch wisst ihr was man du musst treffen mein Freund auch noch ein bisschen Schaden verteilen eigentlich brauchst du keine Erfahrung mehr danach bist du zumindest mal auf Level 5 dann bist du eh safe da brauchen wir auch gar nicht erst mit nem Mantel auf 30 aushelfen du wirst eh getroffen 15 und 30 macht keinen Unterschied äh ich hab so das ganz dumme Gefühl dass wir hier super viel heilen werden müssen oder vielleicht doch ein bisschen ausweichen oder halt die Karte die Karte fürs Scouting kommen damit wir nicht ganz blind sind halte ich für halbwegs sinnvoll das könnte ein hartes Eisen werden das wird ein hartes Eisen einmal die falsche Gegnerkombination und dann wird's schon eng vielleicht haben wir ja Glück und finden gleich die Medizin recht schnell ich hoffe ich hoffe oh der Satz gefällt mir nicht aber wir wissen ja was hier abgeht na komm oh scheiße das kannst du ja schon als Langdungeon durchgehen lassen holy shit na geil das ist zum Guck oh ein Raumkampf mit nur drei Positionen geil da sag ich nicht nein da sag ich nicht nein wa komm mal ran oh man komm mal ran ran auf den Meda shit äh ja äh nur wegen ihm hier nehm ich ihn hier mit versteh der Alter die Resistenzen holy shit oh oh äh als so eine Rotzattacke wenn die jetzt geboxt wird ist aus ne okay elf Schaden bitte oh scheiße das bringt nix äh äh komm schon nein nein ach komm oooohh das musste ja ein Crit sein ne äh 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 warte mal Was? Alter, du hast eine Zweiergeschwindigkeit Hä? Wie um alles in der Welt warst du jetzt vor mir dran Zum Fick noch einmal Und dann natürlich instant abgesoffen, ne? Ist klar Och Mann Was soll denn die Scheiße Ich muss ihn noch besiegen Damit ich meinen Loot krieg Also nicht meinen Loot, sondern meinen eigenen Shit Todesstoß hast du natürlich auch keinen Bock gehabt, ne? Also zu widersetzen Klar Sind hier nur 67% Leute Ich hasse den Wald Wisst ihr, was ich meine? Da brauchen wir nicht weitermachen, Leute Nicht bei einem Expertenwald Da brauchen wir nicht weitermachen Fucking Medizin in einem riesigen Wald, ey Kacke So, meinen Füllfederhalter will ich auf jeden Fall The Victory, perhaps the turning point Ich lach mich schlapp Ich lach mich schlapp Ich lach mich schlapp Nee, da komme ich niemals durch Können wir vergessen Da komme ich niemals durch Säge Ja, ich bin Das ist Können wir nochmal reingucken? Ja, das war RNG vom Feinsten. Das brauche ich doch nicht. Zelda! Ja, es scheint kein gutes Omen zu sein, wenn ich die Leute benenne. Der einzige, der es bisher gepackt hat, ist Shino. Ja, so ein Zufall, ne? Bei mir kommt einer auf den Friedhof und sechs Rekruten mehr als üblich. Der Friedhof hat schon fünf mehr Personen, als ich eigentlich geplant hatte. Zwei davon sind Schildbrecher? Das ist so eine Scheiße, du. Das ist so eine Gigakacke. Das ist so eine Gigatroll-Scheiße. Ja, so ist es jetzt halt, mein Gott. Alter, wie oft klicke ich denn da noch drauf? Das ist so dumm gemacht, da in der Ecke. Keine neue Schildbrecherin? Hallo? Habe ich überhaupt noch eine? Ja, eine habe ich noch, oder? Eine habe ich noch, eine habe ich noch. Ja, ein. Hä, hä. Äh, Mann. So, letzte Schildbrecherin. Schnauze voll. Ne, ist kacke. Mach mal so. So, ein offensiver Clown. Machen wir halt eine Meereshöhle zwischendrin. Es hilft ja jetzt. Ja, ah, ah. Auf der anderen Seite, ich muss die auch mal rantrainieren, ne? Ich muss die auch ein bisschen ranziehen. Ich könnte auch eine Ruine machen. Eine Ruine ist wesentlich entspannter als eine Meereshöhle. Erst recht, wenn hier noch so ein Ding von Sternen rumeiert. Woche 83. Hof fehlt auch noch. Na ja, guckt mal. Ich habe nicht mehr so viel Personal. Die guten Leute sterben hier alle weg. Shinoo hat es schon hinter sich. Der kann nicht mehr ins Darkest Dungeon. Pah. Wird ganz schön knapp hinten raus. Das kannst du ja auch nur von Position. Das ärgert mich alles gerade. Das ärgert mich alles gerade ein bisschen. Scheiße. Ne, du denkst immer, okay, es ist nur einer gestorben. Du hast noch, keine Ahnung. Keine Ahnung, äh, gefühlt 30 andere im Raster. Aber trotzdem. Du fühlst dich einfach komplett überfahren. Es wifft mir jetzt meine ganzen Pläne durcheinander. Jetzt muss ich nochmal eine Woche verschwenden. Naja, was heißt verschwenden, ne? Aber... Ah, ihr wisst, was ich meine. So eine Scheiße, du. Nein. Ja, 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 ja. Ja, ich... Ah, das ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich. Das ärgert mich. Kränklich, ehh. Und dann geben sie mir nicht mehr meine Schildbrecherin. Äh, ist schon recht. Dann geben sie mir nicht mal mehr eine Schildbrecherin als Ersatz. Oh man, ey. Ja, das war jetzt halt ein Tiefschlag, egal. So, 100% Raumkämpfe. Zack, müssen wir gleich mal runter. Den ziehen wir jetzt aber gigafix durch. Pass auf. Fummele mal nicht lang rum hier. Jetzt bin ich nur drei spinnen. Nicht vier. Hätte ich mir wieder in die Hose gemacht, dezent. Schön. Oh, ich Dummkopf. Ich hab vergessen, es aufzuwerten. Ah, ich hab gewusst, ich hab was vergessen. Dreck. Dreck. Oh. Annihilated. Eradicated. Erstmal die Steinfiecher weg. Ja, ja, äh, äh, ich war gerade überlegen, ob ich den Gargoyle vergiften soll. Aber den kann man ja auch recht einfach stunnen. Alles betäuben. Alles. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Was nicht bei 4 auf dem Baum ist. Was ist bei 3 auf dem Baum? Was ist bei 3 auf dem Baum? Das ist bei 4 auf dem Baum. Der Formation ist kaputt. Maintain die Offensive. Maintain die Offensive. Ohohohoho! Ui! Was? Was ist das? Oh eyy! Was haben wir denn? Ja, machen wir so. 100% Achso, ja, die Karte. Ja, klar, 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 klar. Ja, klar. Jetzt muss es nach Hause gebracht werden. Jetzt habe ich natürlich nicht die Stun-Granate mit ihr. So geht es auch. So geht es auch. Das Finale ist geil. Ist einfach geil. So geht es auch noch. 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 Oh, Lanzenträger. Alles klar. Hier müssen wir handeln. Alter, wie abgezählt. Aber wie abgezählt. Oh mein Gott. Ey, ist ja giga gut. Alter, werden die fertig gemacht. Holy shit. Komm, einmal darfst du. Wehengrit. Ja, okay. Hundertprozent, kann der nix in die Hose gehen, sollte man meinen. Greif ich doch zuerst dich an. Oh, das ist ja zuerst. Ich bin schließlich... 10 Schaden Er sollte ausreichen Es ist die Wege, die sich selbst kümmern. Es sei denn, wir scouten hier. Und es kommt nichts bei uns. Warte, siehste. Ja, komm. Ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Warte, ist das ein Kräb? Ist irgendjemand krank? Nein. Was soll ich machen? Ich hab nichts Vernünftiges. Spirits are lifted. And purpose is made clear. Jo. Lass mal alles liegen. Spirits, spier. Gut, kein Platz im Inventar. Ehhhhh, oh! Hahaha, ah, schön. Dodgy Clown, super! Oh! Sie überlebt mit 1. Brillant. Einfach nur wegen dem Overkill. Richtiger Disrespekt. Nein, außerdem, weil ich nicht verfehlen wollte. Weil die Präzision vom Finale ist unschlagbar. Das müssen wir mal sagen. Was haben wir das Finale an Präzision? Puh, 150 Grundpräzision. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben es ja fast, geil. Okay, lasse ich die zwei Kisten mal noch stehen. Holen wir dann auf dem Rückweg auf jeden Fall noch mit. Lass mal jetzt einfach. Alles stimmt. Erstmal gemütlich den Dungeon beenden, dann sehen wir weiter. Soooo. Das ist das hier. Zack. Das ist das hier. Zack. Das ist kein Problem. Mach die Schildbrecherin. Meine letzte. Und lass krachen. Naja. Nicht so ganz. So viel Futter brauche ich auch nicht mehr. Aber. Aber. Aber, 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 aber. Oh. Ich würde sagen, da buffen wir uns in diesem Kampf bereits für den nächsten Kampf. So. So. Letzter Kampf. Also, what? Okay. Da ist mal so ein Beschützerfuzzi weg. Gute Kritschance. 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 Keine Ahnung. Ich habe 500 Stunden in dem Spiel oder so. Ich wusste das noch nie. Achso. Noch nicht. Okay, geil. Wieder was gelernt. Ei, cool. Das wusste ich nicht. Geil. Das gefällt mir jetzt. Diese nightmarische Kreaturen können sich verletzt. Sie können sich verletzt. Ja, ja, ja. Die Schmerz hat sich in. Sie schützt die Hörer der Menschen. Und noch ein paar Schatzis mitnehmen. Oh, fucken haben wir ja genug. Richtig viel Scheiß noch, Luke. Betonung liegt auf Scheiß. Ah. Oh. Oh. Ah, komm. We require only the strength to follow it. Oh my god. Back to the pit. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Ja, was soll der Geiz, ne? Heiß. So, nächtlicher Hinterhalt und zack. In Radiance may we find victory. Jo. Und gute Nacht. Okay, 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 okay. Was sind dann? Haben es echt zwei nur auf Level 5 jetzt geschafft? Das hätte ich nicht gedacht. Okay, du warst komplett 2D, ne? Ja. Und ich wurde sogar richtig hart bestraut. Was ist denn jetzt los? Oh, shit. Äh, jetzt wirklich genug von euch. Guck mal, hier eine Schlägerschwester. Robust und Schläger. Wäre ideal für einen Nahkämpfer. Oder für einen Tank oder sowas. Rezession ist wichtiger als Schaden. Eile mit Weile. Mach mal startlustig mal fest. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir könnten eine lange Quest im Wald machen. Sogar eine harmlose Veteranen-Quest. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich ohne Heilerin. Editten, willst du heilen? Oh, fuck. Was hat sie denn? Ne, Quatsch. Wie heißt sie? Ja. Im Wald, im Wald, im Wald, im Wald, im Wald. Im Wald, im Wald, im Wald, im Wald, im Wald. Ditten und ein Hundemeister. Das könnte gut knallen im Wald. Ja, 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 okay, 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 perfekt. Sowieso. Ja, das könnte sogar funktionieren. Wir umgehen gut Rüstung, wir haben guten Schaden mit Crit. Wir haben ordentliche Stunts mit dem Knüppel auch noch. Schutz. Wir haben zweimal heilen. Doch, das könnte klappen. Du darfst ins Bordell. Komm, was soll der Geiz? Ja, wer weiß. Ditten, ditten, ditten. Wir nehmen die Bola raus. Oh, das macht's ausweichen runter vom Gegner. Wir nehmen dafür die Zielmarkierung mit rein. Falls wir out of Turnorder kommen. Okay. Rüstung haben sie alle voll. Ja. Okay, geil. Der Plan steht. Der Plan steht. Guck mal, wir übertreiben völlig. Musketenkugel. Musketenkugel. Noch mehr Schaden. Du bist schön langsam, ne? Dann machen wir's so. Gebe ich dir natürlich die Kerze. Ist ja auch ein bisschen ausweichend drauf. Du kriegst auf jeden Fall den Prezi-Ring. Das Crit-Ding. Ich hab auch nur noch eine Rolle. Oh, Mann. Ich hab auch nur noch eine Rolle. Ich hab auch nur noch eine Rolle. Ich bin aber überlegen. Karte oder Umhang? Ich fahr mit dem Umhang. Es ist ein Veteranenwald. Da geht's jetzt noch. 30 Prozent. Ja. Ja. So, das gibt's aber erst beim nächsten Mal, Leute. Ich hab völlig die Zeit vergessen. Ich muss los. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Na ja, es ist Lachsi. Ciao.